Schönen guten Tag. Ich bin ja nun seit einigen Monaten auch auf Twitch am Streamen und in dieser Zeit sind einige lustige, aber auch wunderschöne Momente zusammengekommen. Ich habe euch das Ganze mal zusammengeschnitten und so schnell wie das alles wächst, hätte ich niemals gedacht. Danke euch dafür, dass ich so schnell Partner werden durfte. Ist wirklich Wahnsinn. Ich wünsche euch viel Spaß. Ach, guck mal, wie hübsch er ist. Hör mal, hör mal, was ein schönen Ding. Dreck wieder. Ich liebe es, die Kacke. Welche Taste war das? Welche Taste war das nochmal? F4. Warte mal, darf ich mal einmal kurz ein Foto machen? Hier steht gerade 500 Zuschauer. Das muss ich meiner Mama schicken. Ist kein Witz. Es ist Wahnsinn, ne? Warte, das muss ich mal ganz kurz meiner Mami schicken. Ah, Mann, ey. So. 500 Zuschauer. Mama. Ey, das ist voll der besondere Moment für mich. So. Moin an die Mutti, schreiben alle. Moin Mutti. Schönen Grüß an deine Mami von uns. Herrlich, der Bub. Wie heißt es, der, die oder das Nutella? Und das ging mir so auf den Sack. Da habe ich mir das Telefon angenommen, ja. Und habe einfach bei Nestle angerufen. Ich habe da einfach angerufen, habe gesagt, guten Tag, gute Dame, die am Telefon war, heißt das der, die oder das Nutella? Da sagt die Frau zu mir, keine Ahnung, müssten sie bei Ferrero anrufen. Falsches Telefon, also falsche Nummer gewählt, so perfekt, okay, wieder ein Röhrer geschnappt, bei Ferrero angerufen. Guten Tag. Heißt es der, die oder das Nutella? Dann sagen die, warten sie, da haben wir eine Hotline für, hat die mich weiter verbunden. So, dann bin ich da bei irgendeinem Team rausgekommen, wahrscheinlich PR-Team, keine Ahnung. Und dann haben die mir gesagt, ist scheißegal, ob der, die oder das Nutella. Ist ein Fantasiename, können sie sagen, was sie wollen. Lösen wir auch nicht auf, weil dadurch entsteht Diskussion und wir bleiben als Name im Gedächtnis der Leute. Das ist die Antwort. Es ist scheißegal, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber geil, dass ich erst mal bei der falschen Firma angerufen habe, ey. Und Abflug, meine Lieben. Let's go. Jibbi. So, ich bin gespannt. Den ersten haben wir verloren. Sieht das geil aus, ne? Ist irgendwie cool, muss ich sagen. Bella, du schaffst das. Ich vertraue in dich. Müssen wir links oder rechts? Alle fliegen links. Warum fliege ich GameCakes hinterher? Das ist die schlechteste Idee, die man haben kann, oder? Ach, hier verbünden sich die Wege wieder. Cool. Guck mal hier. Ein Profi. So wie Fabvali. Es ist so geil gemacht. Es ist so geil gemacht. Ich finde, das macht richtig Spaß. Hammer. Oder? So. Auf die Plätze. Fertig. Und Abfahrt. Los geht's. Los, los, los. Jawollo. Sehr schön. Ich sehe, der ist doch schon der Erste gestorben. Und der Zweite. Und der Dritte. Nein, Sims. Ich kann leider nicht nach hinten gucken. Mal gucken, wie viele ankommen. So, jetzt wird es tatsächlich direkt interessant. Tanks bitte einmal nach vorne. Weil, der Kampf wird ja direkt getriggert. Oh. Es hat den Ersten erwischt. Die Spawns müssen als erstes fallen. Man kann ja Freunden ins Team Guthaben schicken. Und dann machen wir das so. Leute, die haben mein Logo hier reingeknallert. Oh mein Gott. Und... Einmal Liebe in den Chat für die Erbauer. Knallt da die Herzen rein. Los. Zack, 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 zack. Das muss. Das scheppert. Finanzamt Hamm. Vielen Dank für deinen Follow. Wie geil, ne? Haben sie auch schon ihre Steuern bezahlt? Ich schwöre, ich habe... Diese Art, ähm, quasi Kosenamen. Also nicht Mausi, Hasi, sonst was. Sondern man gibt eher so, äh... Die nennen... Nicht... Ach, du Scheiße. Die sagen... Die sagen... Anstatt Mausi, Hasi, Süßi, sagen die... Du süße Grotte. Was zur Hölle? Klopapier. Nein, Kanka. Hör bloß auf. Ich will nicht, dass ihr euch mit meinem Arsch das Gesicht abwischt. Nee, andersrum. Komischer Versprecher. Nicht mit meinem Gesicht den Arsch abwischt. So. So rum ist richtig. Bekommt dein Haus auch ein Dach? Frage für einen Freund. Nee, ich mag das, wenn man nass wird. Ja, guck mal. Ich könnte in einem Game rumlaufen. Warte mal. Treppen hochsteigen. Tschüss. Oh, ich habe auch einen schönen Spruch gehört. Jan, hörst du mich? Was passiert eigentlich, wenn der Geier ausstirbt? Dann bist du der hässlichste Vogel. Ja. Das finde ich so geil. Dann bist du der hässlichste Vogel auf der Welt. Vielen Dank. Ah, scheiße, ey. Ich fahre gleich zu dem. Und so eine Scheiße, weißt du? Hier wurde gerade eine unfassbare Menge an Abos verschenkt. Vielen Dank. Das waren 50 Abos. Das waren 50 Abos. Vielen Dank für dein Geschenk an die Community. Vielen, vielen Dank. Ich liebe euch. Ihr seid so eine geile Truppe. Entschuldigung, wenn das ein bisschen zu laut war. What the fuck? Vollkommen verrückt. Allesamt. Allesamt. Meine Kniekehlen sind richtig nass. Entschuldigung, das wolltet ihr vielleicht gar nicht wissen. Was war das denn? Toilet. Hallo, kannst du mich hören? Wo bist du denn? Ja, Deutschland. Ja, Deutschland. Du bist auch Deutsch? Ja, ja, ja. Echt? Paderborn. Ah, Paderborn. Ja, nice. Schön, dass du da bist. Ja. Ähm. Äh. 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 I don't speak German. But you are from Germany, or what? It's ironic. My name is Jeremy Fragrance. Die Qualität ist auf jeden Fall besser. Hier, guck mal hier. Oh. Oh. Ha, 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 ha. So. Passwort eingeben. Hm. Eins, zwei, drei, vier. Hätte ja sein können. Ha, ha, ha. Äh. Dann wirst du aber fallen. Eine Sekunde. Tschüss. Tut mir leid. Ich kann dir nicht anders. Ich hätte dir eine Platte unter den Boden stellen können. Es tut mir leid. Ha, ha, ha. Hut. Ach so, Hut kaufen zum Ziehen. Ich habe Haut gelesen. Ich so, hä, wer zieht denn an seiner Haut? Ist das so ein, ist das wieder so ein Sprichwort aus Bayern oder so? Was ich wieder nicht kenne? Ha, 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 ha. 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 Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Sonst wird es schwierig, ne? Freunde. Ich wusste, dass es eines Tages passiert. Ich muss eben Zeva holen. Das war die Buttermilch. Scheiße, sogar auf dem Bildschirm. Uh, ich flitze. Ich kann es jetzt schon sehen. Einer der Motze wird es gleich geklippt haben. Ach. Adore noch mal. Kinder. Ei, ei, ei. Ich kann so viel hier rumfliegen. Wahnsinn. Und nein, ich habe keine Zeva-Rolle immer neben dem Rechner stehen, wie so manche andere. Mama Yushi, hier ist Mam. Warte mal. Hier ist Mam. Danke für die Komplimente für Papa und mich. Ich bin geflasht. Boah. Ey, das ist meine Mutter. Haut mal irgendwas in den Chat für meine Mama. Alle Herzen in den Chat. Jetzt raus damit. Wir sind begeistert, wie viele. Ach. Hier. Für meine Mutti einmal die Herzen in den Chat. Rein damit. Hier. Zack, 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 zack. Die hat das verdient. Guck mal. Ach, Mann. Ey, dass ich in meinem Leben so eine Masse an Menschen. Guckt euch das so an, wie das hier eskaliert. Mein. Ey. Ab in die Rente. Ich habe mein Leben durchgespielt. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, was hier passiert. Und das ist schon wieder das, was ich so geil finde an dieser Contra-Community. Hier sind einfach Leute, die haben Bock mitzumachen. Die haben nicht Bock zu trollen und Scheiße zu bauen und Blödsinn zu machen. Die haben Bock hier zu helfen und wir spielen zusammen und kommen voran und testen das hier und nutzen unsere Chance, die uns gegeben wurde mit dem Key und machen keinen Blödsinn. Einfach geil. Einfach mal Küsschen an euch alle. Ja, und besser hätte ich es zum Abschluss nicht sagen können. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Dort beantworte ich euch alle Fragen, die ihr zu den Spielen habt, die ich spiele. Und dann sage ich mal, lasst mir gerne ein Abo da. Liebe Grüße und bis dann.